Die Dominikanische Fußballnationalmannschaft ist die Auswahlmannschaft des Dominikanischen Fußballverbands und vertritt Dominika auf internationaler Ebene. Bislang gelang weder die Qualifikation für eine Fußball-Weltmeisterschaft noch für den kontinentalen CONCACAF Gold Cup. Auch beim regionalen Caribbean Nations Cup konnte die Mannschaft bislang nicht ein einziges Mal die erste Runde überstehen. Turniere. Weltmeisterschaft 1930 bis 1994 nicht teilgenommen. 1998 in der Qualifikation zur WM 1998 in Frankreich traf man in der Karibikzone 4 der Vorrunde erst auf Antigua und Barbuda und konnte sich mit 3 zu 3 und 3 zu 1 durchsetzen. Danach traf man auf Barbados und schied nach 2 0 zu 1 Niederlagen aus. 2002 in der Qualifikation zur WM 2002 in Japan und Südkorea wurde man in der Karibikzone 3 der 1. Runde gegen Haiti gelost und schied mit 0 zu 4 und 1 zu 3 aus. 2006 in der Qualifikation zur WM 2006 in Deutschland traf man in der 1. Runde auf die Bahamans. Man konnte sich mit 1 zu 1 und 3 zu 1 durchsetzen und für die 2. Runde qualifizieren. Dort traf man auf Mexiko und schied deutlich mit 0 Uhr 10 und 0 zu 8 aus. 2010 im Rahmen der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika traf das Team in der ersten Runde der CONCACAF-Zone auf die Nationalmannschaft aus Barbados. Das sind Spiel in Roseau am 6. Februar 2008 endete 1 zu 1 das Rückspiel 0 zu 1. Damit war Dominika ausgeschieden. 2014 in der Qualifikation zur WM 2014 in Brasilien traf man in der 2. Runde in der Gruppe C auf Panama und Nicaragua. Nach vier Niederlagen schied man mit 0 Punkten als Gruppenletzter aus. 2018 in der Qualifikation zur WM 2018 in Russland traf die Mannschaft in der 1. Runde im März 2015 auf die britischen Jungferninseln und konnte sich mit 3 zu 2 und 0 zu 0 für die 2. Runde qualifizieren. In dieser trat man gegen Kanada an und schied mit 0 zu 2 und 0 zu 4 aus. CONCACAF-Gold Cup 1991 nicht teilgenommen, 1993 bis 2002 nicht qualifiziert, 2003 zurückgezogen, 2005 bis 2013 nicht qualifiziert, Karibikmeisterschaft 1989 nicht qualifiziert, 1991 nicht teilgenommen, 1992 und 1993 nicht qualifiziert, 1994 vorrunde, 1995 bis 1997 nicht qualifiziert, 1998 vorrunde, 1999 bis 2012 nicht qualifiziert.